In diesem Video zeige ich dir Kasseler Rahmschmorfanne mit Rosenkohl. Saul, ähm, Schaligom, so lecker. Ich bin Kalle und du bist bei Koksum mit Kalle. Herzlich Willkommen. Auf diesem Bild fehlt noch das Mehl, ansonsten ist alles vorhanden. Die Zutaten im Einzelnen. 400 Gramm Kasseler Nacken, 450 Gramm Rosenkohl, 2 kleine Zwiebeln, ca. 500 Milliliter klare Gemüsebrühe, 400 Milliliter Sahne, 300 Milliliter Milch, 2 Esslöffel Mehl, Speiseöl oder Pflanzencreme. Alle Zutaten nochmal zum Nachlesen unter diesem Video. Und los geht's. Die Zwiebeln in kleine Würfelchen schneiden und den Rosenkohl nach Packungsanleitung kochen. Das Öl oder die Pflanzencreme in einen Topf erhitzen und die Zwiebeln dazugeben. Hier dürfen sie schwitzen, bis sie glasig werden. Wenn das soweit ist, fügst du das Mehl hinzu und verrührst es gut. Achte darauf, dass es nicht verbrennt. Wenn sich das Mehl gut verteilt hat, fügst du die kalte Sahne und die kalte Milch hinzu. Kalt deswegen, damit das Mehl nicht verklumpt. Wieder alles gut verrühren und dann kannst du die Brühe hinzufügen. Die darf jetzt gerne warm oder heiß sein, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das Fleisch wird in mundgerechte Würfel geschnitten. In einer Pfanne zum Schmoren erhitzt du jetzt das Speiseöl oder die Pflanzencreme. Dann kommt das Fleisch hinzu und wird kurz angeschwitzt. Das Ganze jetzt mit dem Rest der Brühe auffüllen. Deckel drauf und dann darf das Ganze 20 Minuten lang schmoren. Nach 20 Minuten gibst du die vorbereitete Soße hinzu. Jetzt nochmal alles 5 Minuten lang schmoren lassen. Auf der Soße schwimmt jetzt viel Fett. Die Soße sollte deswegen entfettet werden. Nach dem Entfetten fügst du schließlich noch den Rosenkohl hinzu und lässt alles nochmal 5 Minuten lang köcheln. Dann kann angerichtet werden, zum Beispiel mit Petersilienkantoffeln. Und das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle